Musik 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 Also ich hab Masuka 2003 gegründet. Eigentlich war das irgendwie erst so ein kleines Projekt von mir, wo ich dachte, man muss eben einfach mal schöne Shirts machen. Wir sind kein Fashion-Label, wir sind eher ein Design-Label, also sind eher orientiert irgendwie mit den Grafiken zu arbeiten als mit der Mode an sich. Das, was Mazooka ausmacht, ist vor allen Dingen neben dieser sehr grafischen Ausrichtung, klaren grafischen Ausrichtung, dass wir hier im Laden auch den Service anbieten, dass man die Sache hier im Laden zusammenstellen kann. Beispielsweise gibt es hier nochmal Specials wie den Kermit, den man jetzt aber eben verbinden kann mit der Elvis-Frisur. Es gibt noch den Helm hier, genau, den Motorradhelm. Beispielsweise gibt es noch ein anderes Special, da müssen Sie mir folgen. Und zwar hier David Bowie mit dem Blitz, wo wir gesagt haben, dass es uns wichtig ist, dass es auch mal eine minimierte Form einer Grafik gibt und sie sich nicht immer so aufdrängt, sondern es eher reduziert ist und das haben wir eben probiert. Bei der neuen Kollektion geht es eben darum, dass wir verschiedene Grafiken aus den verschiedenen Zeitepochen gesagt haben, dass dieser Mix, das für uns Interessante ist. Ab heute sozusagen im Netz ein Editor, so nennen wir ihn, wo man nicht nur die Grafik sich zusammenstellen kann, also sein eigener Style, sozusagen ein Mix aus den 80ern, den 70ern, einer 70er Jahre Brille und einer 90er Jahre Bar, sondern man kann sich auch seinen eigenen Track zusammenstellen. Anfang des Jahres haben wir eine neue Rubrik aufgemacht, die heißt Mazzucca & Friends, wo es darum geht, irgendwie den Stil, der jetzt vorwiegend von mir kommt, den zu erweitern in der Form, dass sich Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, dessen Stil ich gut finde, die noch mit reinzuholen und mit denen gemeinsam Shirts machen. Musik